weiter geht's mit beat party ich habe jetzt eine weile nicht gespielt bin nicht dazu gekommen hier geben wir uns in den tempel schon bald wird meine musik in ganz symphonia klingt ich meine das wäre jetzt auch das finale schon letzte level da abgehauen da komme ich nicht durch ich selber ja da ist nix kann ich aber was mitnehmen nur wo brauche ich da wot 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 schon mal weg war nicht dagegen also ein großer klotz eigentlich dagegen habe ich doch gesagt da war noch was genau gesehen und sie sind weg wenn man da kann ich nicht durch schwimmen auch wenn es nicht so aussieht aber ne mal außen rum geht ja auch das mal hier hin genau in die ecke buxier das war mal übrig vielleicht brauchen wir es noch hier brauche ich wieder diese genau okay das habe ich vorhin schon gesehen die ecke also hilft mir das nix muss man woanders gucken und unten war nichts da ist so ein gerät oder da ist so ein doch man hier gerade ganz schön wieder ganz schön dämlich angestellt jetzt schon losgelassen lassen so erstmal die seite öffnen damit wir das so weit so simpel da komme ich vielleicht gleich noch mal hin da komme ich gar nicht durch ich weiß ja genau wie es funktioniert aber nein ich muss immer noch mal einen einfangen sollte das eigentlich besser wissen das kann man schon mal aufmachen da brauche ich wieder so ein teil da hinten komme ich ja gar nicht raus nur platz ach ich hätte oben noch mal gucken können ob es da vielleicht noch weiter geht jetzt schauen nein nein Ich lerne noch nicht. Aber ich wollte ja noch mal runter, weil da war ja noch ein größerer Kristall. Den wollte ich natürlich mitnehmen und dann wollte ich oben noch mal gucken gleich. Ach, das war nur dafür? Ich bin da angezogen worden. Toll. Funktioniert gerade nicht. Wo komme ich her? Ja, komm. Ach. Dachte ich allen Ernstes, es wird von dem Gerät abgelenkt. Aber so ist es ja nicht. Oh man. Oh man. Auch Energie. Da unten ist Energie. Oh. Aber ich mich auch so schusselig anstelle. Würde ich jetzt gerne behaupten. Ja, es liegt daran, dass ich jetzt eine ganze Weile nicht gespielt habe. War vorher ja auch nicht besser. Okay. Ein Öffner. Viele Versionen. Gehen wir zuerst hin. Oben. Das kriege ich nicht auf. Aber nicht auf. Wurde nur die Seite ja übrig, oder? Ach, ich... Oh, Mist. Das hast du nicht genommen. Ähm... Gut. Ich muss das einfach zurückbringen, oder? Halt! Oh! Ah, die gehen auch kaputt. Okay, ich dachte gerade schon, die würden vielleicht dann doch kaputt. Schön. Okay. Na gut. Das bringt mir jetzt in dummer Weise nix. Ah... Okay. Jetzt verstehe ich. Ich gehe zumindest mal davon aus. Den hätte ich auch nehmen können. Ah! Das habe ich sogar übersehen. Ja gut. Dann nochmal. Hoch, hoch, hoch. Ach, verdammt. Oh! 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 Okay! Hey! Ähm... Es ist dann vielleicht geschickter, wo es das denn gab. Oh! 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 Und mal wie, wie? Wir können ja noch ein drittes holen. Machen wir das doch mal. Ach. Das muss auf sein. Ach nö, nicht schon wieder. Das funktioniert nicht. Offen. Zwei sind offen. Ja gut, immerhin. Ach. Ja, da ist... Bin ich was dran? Warum? Warum nutze ich das nicht? Ist doch viel simpler so. Und warum... Moment. Ach so. Ah, okay. Ne, ich weiß warum. Ist okay. Aber das hilft uns jetzt nur bedingt. Na ja. Muss ja schließlich... Ist oben. Da ist ja auch noch so ein Ding. Äh, so eine Barriere. Ja. Das war jetzt nicht so klipp. Richtig gedacht, falsch gemacht. Trink mir jetzt erst was. Okay. Haben wir den dritten da dran? Jetzt können wir das da auch hoffen. Das ist ja eigentlich total egal, ob ich es da aufmache oder nicht, oder? Ach nee. Ach. Nee, jetzt ist es nicht. Ich sehe jetzt auch gerade warum. Ja gut. Das hatte ich gerade nicht gesehen. Schieben wir doch mal. Bis der Schlitz davor steht. Ja, man sollte manchmal wieder nach oben gucken. Einer mit. Einer. Ja, jetzt geht das Tor auf, oder? Ja. Ja, okay. Hatte ich ja ein bisschen falsch hinter... Schon mit kaum Verzügerung sind wir hier durch. Ach, ja, genau. So ähnlich war das geplant. Okay, Musik ändert sich. Oh, weiter. Oh, nein, nicht schon wieder sowas. Runter, runter, runter. Äh, ach, ich hätte das mitnehmen müssen. Wow. Damit hätte ich jetzt so gar nicht gerechnet. Ja. Nein, nicht weiter schwimmen. Och, nö. Oh, nee. Also, irgendwie... Ja, toll. Jetzt hab ich wieder nicht. Ach, nee, da ist ja... Ach, da kann ich ja durch. Hab ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Das war ja gar nicht... Ich dachte, da könnte man nur diesen Aufrüstungsmechanismus benutzen. Wow. Oh, ja, war gar nicht. Mehr auf. Danke. Oh, Mann. Oh, guck mal da. Tadaa. Du dachtest doch nicht, ich würde dich vergessen, oder? Äh, vielleicht ein bisschen. Mir geht's schon viel besser. Alles ist wieder gut und in normalen Farben. Es kleckert auch nichts mehr. Kleckern ist immer ein schlechtes Zeichen.